KamerLive ist ein Projekt, ein Konzept von Vivid. Wie schaut das nun konkret aus? Wir haben Anfang 2019 gesagt, wir würden gern rund um die Uni in Bozen ein Angebot machen für internationale christliche Studenten oder auch andere Interessierte. Und so haben wir gestartet und laden einmal monatlich ein zu einem Abend Bible Alive. Die Hauptsprache ist Englisch, um eben möglichst viele auch anzusprechen. Und es ist sehr spannend, dass sich dort viele Christen unterschiedlichster Hintergründe haben einladen lassen und miteinander überlegen, wie können wir auch unseren christlichen Glauben hier rund um die Uni vertreten und bekannt machen, mit Leuten ins Gespräch kommen. Und dafür bieten wir auch dann auch einmal monatlich verschiedene Themen an. Wir hatten im Januar einen spannenden Vortrag zum Thema Islam und laden jetzt Anfang März ein zu zwei internationalen Abenden. Da werden auch einige Studenten aus Deutschland mit dabei sein. Und vor allem ein Dr. Jonathan Bank als Biologe, ist Doktor der Biologie und Christ und lädt ein, aus dieser Perspektive auch sich etwas näher mit der Nanotechnologie zu beschäftigen. Und Nanotechnologie ist nun was genau? Da müssen wir schon auf den Herrn Dr. Bank warten. Es ist ein Vortrag, oder? Es ist ein Vortrag, der allerdings auch Raum gibt natürlich zum Austausch, für Rückfragen, für das offene Gespräch. Ist eine Anmeldung erforderlich für diesen Vortrag, für diesen Abend? Nein, es ist keine Anmeldung erforderlich. Man kann kommen, wenn es einem reinpasst, Leute mitnehmen, wir haben genug Raum. Eintritt ist frei, Spenden können gegeben werden, aber es soll einfach eine offene Einladung sein für jeden, der Interesse und Zeit hat. Wann und wo genau wird nun dieser Vortrag vonstatten gehen? Am Freitag, dem 8. März im Kolpinghaus in Bozen, um 20 Uhr. Und er richtet sich nicht nur an Studenten, sondern an alle Interessierten. Alle Interessierten, genau. Alle Interessierten, genau.